Hallo liebe Vienna-Familie, das ist der Markus Katzer. Wir brauchen eure Unterstützung mehr denn je. Um einfach da den Verein und die Nachwuchsarbeit zu sichern. Gemeinsam können wir es schaffen, dass es hier weitergeht. Der Verein ist in einer prekären Situation. Es ist ein toller Verein mit einer großen Tradition, mit tollen Fans, mit einer geilen Mannschaft, mit einem super Stadion. Ich denke, jeder, der hier in dem Stadion ist, spürt hier die Tradition, spürt hier die Geschichte, spürt hier dieses besondere Flair der Hohen Warte. Und es wäre ewig schade, wenn das nicht weitergehen könnte. Wir sind sportlich auf einem ganz tollen Weg und haben eine junge Mannschaft, eine dynamische Mannschaft, die viele Spieler hat, die Potenzial haben für weiter oben. Es ist wirklich eine super Mannschaft und es macht mir wirklich Spaß, hier zu spielen. Ich hoffe, dass es nach dem Sommer so weitergeht und dass wir zusammen sehr viele Erfolge feiern können. Es wäre wirklich schade, wenn die Nachwuchsarbeit bei der Vienna nicht mehr gewährleistet wäre und die Kinder mit so einer Begeisterung da dabei sind. Und da müssen wir wirklich schauen, dass man die finanziellen Mittel auftreibt, dass die Kinder ihren Sport ausüben können, dass sie sich bewegen können, dass sie den Spaß da haben und begeistert Vienna-Spieler bleiben können. Die Protagonisten der Fanszene engagieren sich in antirassistischen Initiativen, treten offensiv gegen Homophobie und Sexismus auf. Und das ist einer der Dinge, warum hier der Fußballkonsum ein anderer ist und warum es wahnsinnig schade wäre, wenn das nicht erhalten bleiben könnte. Gerade als Frau fühlt man sich besonders wohl bei der Vienna, weil ein super Zusammenhalt ist im Team. Wir alle ein Ziel verfolgen, das wir auch gemeinsam erreichen wollen. Wir alle begeistert sind vom Sport und dementsprechend auch motiviert zusammenzuarbeiten. Und deswegen müssen wir jetzt einfach alle zusammenhalten, damit das weiter bestehen kann. Wir brauchen euch, wir brauchen Sie alle. Bitte unterstützen Sie den Verein. Es wäre ganz, ganz wichtig, dass Sie in der Zukunft auch weiterhin Spieler herausbringen, die dann vielleicht im Nationalthema spielen werden. Schönen Dank. Bitte helft alle mit. Kommt Sie ins Stadion, unterstützt Sie das Stadion und auch mit Crowdfunding. Danke. Und vorab von mir ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung und bis bald auf der Hohen Warte. Gemeinsam können wir es schaffen. Danke für eure Unterstützung. Juhu! 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 Untertitelung des ZDF, 2020